Hallo Leute und willkommen zurück zu Mario Kart Wii Online, heute mal mit Birdo am Start. Immerhin ein Raum mit, ouch, danke fürs Immobilienram, mit 6 Leuten und es kam direkt mal eine Strecke dran, deswegen gar kein so schlechtes Omen. Und okay, ein Stern ist eigentlich ziemlich cool, aber ich weiß nicht so ganz, was man auf der Strecke damit anfangen soll, außer eine Ratschall zu dodgen. Und dann runter zu fallen? Ne, doch nicht, okay. Ui, das war ja knapp. Ich weiß jetzt nicht, wie gut der Raum ist, also die Leute fahren teilweise mit ein bisschen komischen Kombinationen, aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil, ja, ich hab ja auch schon doch etwas länger nicht mehr gespielt, weswegen ich wahrscheinlich ziemlich abkacken werde, falls hier gute Leute drin sein sollten. Aber, wie gesagt, sah jetzt in der Vorschau nicht ganz so krass danach aus. Und, ja, bis auf den Bowser eben, der war ganz gut unterwegs. Aber, wenn wir einen Pilz bekommen, dürfen wir den auch ganz gut einholen, wegen Gapjump und so. Deswegen nehme ich mir auch die ganze Zeit Items mit, um zu hoffen, dass ich mal einen Pilz bekomme. Ist auf zwei ja durchaus possible, aber will gerade noch nicht. Oh, kacke, die hab ich voll gesehen und bin trotzdem reingefahren. Oh, nee. Jetzt haben wir natürlich... Ja, genau, der Poplar kommt genau, wenn ich aufkomme. Und die nehmen mir beide Items weg. Yep. Okay. So viel zu. Ja, hier sind ja nur Naps drin, die mich sowieso nicht einholen können. Hätte ich mal meinen Maul nicht so schnell aufreißen sollen, aber... Okay, hab ich jetzt gemacht, dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben. Aber ich mein, auf vier haben wir jetzt bessere Chancen auf einen Pilz und können dann vierter oder so werden. Mit ein bisschen Glück. Oh Mann. Das lief echt nicht. Nee. Die Banane hat echt das Rennen versaut. Da will noch einer sagen, Bananen brennen nix. Wenn man sie richtig platziert, sind sie tödlich. So, jetzt große Frage. Nee, Pilz setzt sich lieber nicht ein, sonst falle ich hier noch runter am Ende. Und dann habe ich nix davon, falls ich noch einen Pilz nachziehe oder so. Üppah! Und immerhin noch der zweite gesichert. VZ-CR7. Der hier ganz knapp hinter uns ins Ziel kam. Ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Front-Lag-Start, also dürfte das relativ safe sein. Ihr seht, ich habe doch nochmal ein paar Punkte verloren irgendwann. Da lief es mal nicht so gut. Passiert den Besten. Ich meine, hey. Gott sei Dank kommt nochmal meine Strecke dran. Ich habe hier die wunderschöne... Oh nein! Update-Fenster! Geh weg! Ich will nicht den PC neu starten! Nein! Erstmal den Start verpassen. Ja, es kam nochmal meine Strecke dran. Diesmal die Kei-Sikana. Die habe ich schon länger nicht mehr so gesehen. Und dachte mir, ist doch ganz nett. Und... Oh Gott! Was war das denn für ein Sprung? Ihr müsst mit mir hoffen, dass in diesem Part kein einziges Mal Regenbogen-Boulevard rankommt. Weil das werden hier die ganze Zeit zwei Leute. Von sechs. Also... Die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ hoch, dass wir die irgendwie noch zu Gesicht bekommen. Aber... Ich will jetzt nicht... So, ziehen wir mal den Doppel... Den Doppel-Cut. Sure! Und wo wir schon hier bei Schnee und so sind... Kleine Story am Rande. Ähm... Es war... Vor zwei, drei Tagen hat meine Mutter so gemeint, ey, schau mal hier aus dem Fenster, träume ich? Oder liegt da Schnee? Ich dachte mir so, what the fuck? Also, es ist Anfang September und wir wohnen jetzt nicht irgendwie in einem hohen Gebirge oder so. Vielleicht am Rande eines, aber das ist auch nicht sonderlich hoch. Und Schnee im September ist doch ziemlich unwahrscheinlich. Und zumal es auch gar nicht kalt ist oder so. Aber ich gucke dann so raus und denke mir so, ja, stimmt, da liegt echt ein Schneehopf. Und sind wir mal hin, um zu überprüfen, ob das nicht irgendwie Styropor oder so ist. Aber das war echt Schnee. Vielleicht kann ich euch hier auch ein kleines Video einblenden. Ähm... Und... Also wir haben keine Ahnung, wo das herkommt auf einmal. Weil es ist echt nicht so eisiger Schnee, sondern eher so Schnee-Schnee gewesen. Und, naja, es kann natürlich sein, dass jemand seine Tiefkühltruhe ausgekratzt hat. Und sich gedacht hat, ja, das Eis schmeiß ich mal da auf den Gehweg. Aber ich meine, wer macht sich die Mühe und läuft dann so weit? Ich meine, da steht nicht direkt ein Haus davor. Äh... Und... Ja, keine Ahnung. Das ist jetzt nur eine Theorie oder so. Woher kommt dieser Schnee? Hat es geschneit? Man weiß es nicht. Habe ich jetzt drei von drei den Double gezogen, ohne aufgepasst zu haben? Das kann tatsächlich sein. Komm schon. Habe ich eine rote? Ich weiß es nicht. Ich schieße einfach mal. Ja. Geil! Oh Mann, das war nicht so sinnvoll. Ja, komm, da kannst du ja auch noch mal die Face... Äh... Face... Fakebox genehmigen. Keine Ahnung, wie ich gerade auf Facebook oder so gekommen bin. Passiert. Und wieder plus sechs. Ja, das ist immerhin konstant. Ich glaube, das hat man gerade auch schon. Ah, das Glück scheint mir aber noch treu zu bleiben. Immer noch nicht Regenbogenboulevard und wieder eine ziemlich coole Strecke. Habe ich diesmal aber nicht gewählt. Keine Sorge, ich habe hier nicht meinen... Meine Strecke kommt immer dran, Heck, an. Auch wenn man das vielleicht sogar denken könnte. Zack! Du explodierst erst mal in meiner Bombe. Yeah! Und oh, das war nicht so stark. Ansonsten sind meine Ferien tatsächlich auch bald zu Ende. Weil sie neigen sich dem Ende zu. Und dann geht's cool wieder los. Ich muss mal gucken, wie es mit Stundenplan und so aussieht. Je nachdem werden dann auch mehr oder weniger Videos kommen. Wobei das eigentlich gar nicht so zeitabhängig, sondern eher handgelenkabhängig ist mittlerweile. Ähm, in den Ferien hatte ich ja Zeit genug. Aber ich konnte trotzdem nicht mehr als alle zwei oder jeden Tag ein Video bringen. Ich meine, also die meiste Zeit habe ich jeden zweiten eins gebracht. Autsch. Das war irgendwie klar, dass ich... Ja, genau. Erwisch mich noch, Bullöd. Dass wenn ich da in der Mitte fahre und direkt hinter einem das dann irgendwas zurückkommt, passiert hier doch das ein oder andere Mal auf der Zielgeraden. Hier gibt's ja auch nicht so die krassen Ausweismöglichkeiten dann. Außer man fährt in die Seite in die Lava, aber das ist auch nicht so sinnvoll. Und wir sind nur noch fünf Leute, oder? Außer einer ist ne Runde hinten dran und versucht in der See. Sieht aber nicht so aus. Oh ne, dann sind wir nur noch fünf. Dann gibt's keinen Blitz mehr und überhaupt nix im Leben. Ja, was habe ich in den Ferien gemacht? Ziemlich wenig, tatsächlich. Aber, naja. Dafür sind Ferien ja in irgendeiner Weise auch da. Könnte man so sehen. Man könnte natürlich auch sagen, die sind dafür da, dass man Sachen machen kann, wo man sonst nicht so viel Zeit für hat. Interessante, spannende Dinge. Aber, naja. Das war bei mir jetzt nicht unbedingt der Fall. Und was ich in letzter Zeit zweimal bisher gemacht habe und auch vorhabe, konstant mehr oder weniger beizubehalten, ist, joggen zu gehen. Ich mache ja im Verein mittlerweile keinen Sport mehr. Ich habe eine ganze Weile lang Fußball gespielt, dann eine ganze Weile lang Tischtennis. Und, ja, dann habe ich damit aufgehört vor ein, zwei Jahren ungefähr, weiß nicht, nicht genau. Und habe dann gar nichts mehr gemacht. Und, ja, wenn da noch so Ferien hinzukommen, wo man sowieso auf der faulen Haut meistens liegt, dann ist man dann doch schon ziemlich eingerostet nach einer Weile. Und das ist ein Zustand, der nicht unbedingt, ja, so beibehalten werden sollte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, beziehungsweise meine Eltern haben sich gedacht, ey, du kannst mal joggen gehen, mach das mal. Das ist nötig. Und habe ich eingesehen. Und jetzt, wie gesagt, bisher zweimal gemacht. Nimm mir die Wolke ab. Dankeschön. Das hat echt noch funktioniert. Und ich fahre euch auf fünf durchs Item. Jetzt nicht random greenen lassen und das kann echt noch gut werden. So, da ziehen wir durch und Zweiter. Die Blue Shell hat leider nicht mehr ganz ausgereicht, um den Bowser da noch von seinem Sieg abzuhalten, aber der ewige Zweite ist uns sicher. Jetzt bekommen wir nur noch plus zwei. Wenn wir das nächste Mal Zweiter werden, na, okay, es sind wieder sechs Spieler. Dann kriegen wir wieder plus sechs, hoffentlich. Hoffentlich. Werden wir überhaupt Zweiter werden. Aber das wird unser Ziel. Der ewige Zweite. Ich will gar nicht Erster werden. Nein, nein, nein. Wie kommt ihr denn darauf? Ja, meine Faulheit überwunden habe ich aber dennoch nicht so ganz, auch wenn ich joggen gehe und so, weil eigentlich wäre es recht, oh Gott, was ein Lackstart, recht sinnvoll oder die hatten alle vier Start, kann natürlich auch sein. Eigentlich wäre es sinnvoll oder schöner, wenn ich im Wald joggen würde, aber da müsste ich erst hinlaufen. So fünf bis zehn Minuten und das ist mir dann doch schon wieder zu viel des Guten. Also, ich gehe schon länger als fünf bis zehn Minuten joggen, aber ich will da nicht hinlaufen, da dann joggen und dann wieder zurücklaufen. Das ist mir dann zu viel. Ja, ja. Ach, Gottchen. Werde ich aber in Zukunft, denke ich, schon machen, weil es einfach viel cooler ist, als auf den Streets rumzugammeln. Zumal da immer Leute sind, die komisch gucken, wenn da so ein Spargel, der es in deren Augen nicht nötig hat, joggen zu gehen, rumrennt. Aber okay. Ist vielleicht auch ein bisschen von Vorteil, weil wenn jemand so, also wenn man an jemandem vorbeiläuft und halt am Joggen ist, dann will man auch so tun, als hätte man es voll drauf und wäre so der durchtrainierte Übermacker und macht nicht so schnell Schlaf. Und, also, ich weiß nicht, ob das normal beim Joggen ist, aber ich habe dann doch beim ersten Mal auch ein, zwei so, ja, kurze Pausen gemacht, wo ich mal 20 Meter normal gelaufen bin und irgendwie, man hat so den Anreiz, wenn halt irgendwie, wenn man auf der Straße unterwegs ist und da Leute so zu einem rüber gaffen, dass man dann nicht auf einmal aufhört oder so, keine Ahnung. Kann man wahrscheinlich nicht verstehen. Das war jetzt nicht so sinnvoll, dass ich hier noch in diese Green oder Red reingefahren bin. Ich habe aber auch gar nicht mitbekommen, dass es schon wieder letzte Runde ist. Ich dachte, es geht noch eine. Ich muss mal auf die Zeit gucken. Ja, ich glaube, ein Rennen müsste schon noch reinpassen. Das sind hier konstant sechs Spieler. Ich meine, das ist nicht abgrundtief schlecht, aber auch nicht sonderlich cool. Okay, den Part überlebt ohne Regenbogenboulevard, da bin ich echt froh. Aber es sind jetzt echt nur noch vier Spieler, also ich glaube, je nach dem Rennen dürfte sich der Raum auch langsam dem Ende zuneigen, genauso wie der Part. Dann ist das ja ganz passend oder so. Ach ja, was ich auch nochmal ansprechen wollte, was ich schon vor einer ganzen Weile mal gemacht habe, ist das Thema Schneiden in Let's Plays oder Bearbeitungszeug und so ein Stuff. Es ist nämlich so, dass ich das ja teilweise gemacht habe bei zum Beispiel Endergames-Folgen, wo die so eine Minute zu lange gingen für die 15-Minuten-Marke aufgrund des Strikes und so weiter, wo ich dann ein bisschen geschnitten habe. Und es findet sich doch immer häufiger, auch bei größeren YouTubern als auch bei kleineren, dass die Leute anfangen, teilweise die Szenen zu bearbeiten, zumindest mal jeden Part so eine Szene irgendwie. Und größtenteils gibt es auch Leute, die halt extrem viel schneiden, also auch ihre Sätze, wo sie die Amps rauscutten und das dann irgendwie in einer Minute 50 Mal geschnitten ist. Und ich muss sagen, das ist eine Entwicklung, die vielen gefällt, mir aber nicht sonderlich. Ich bin doch eher der Freund vom ganz klassischen, ja, ich labere eine Viertelstunde durchgehend mein Ding und schneide nichts raus, sondern nehme es so, wie es kommt. Und ja, ich weiß nicht, so Effekte einbauen macht durchaus Spaß, wenn man bearbeitet. Habe ich teilweise auch schon gemacht, aber jetzt nicht so krass überladen, weil wenn es zu viel ist, dann ist es auch wieder irgendwie, dann ist es nichts Besonderes mehr. Und keine Ahnung, wenn man einen Zeitlupen-Effekt mit einem Farbfilter oder so raufklatscht, dann soll das was Besonderes sein, was so vielleicht einmal alle zwei, drei Videos vorkommt. Und dabei soll es dann auch belassen sein. Ich habe letztens auch mal bei Endergames so jeweils eine Zahlenanimation eingefügt. Die Zahl, die ploppt halt so in der Mitte auf und geht mit so einem blauen Streifen so in die Mitte. Und damit habe ich halt so die Kills durchnummeriert. Dabei ist mir direkt mal ein Fehler unterlaufen, dass ich einen Kill übersehen habe. Ja, da war ich einfach zu gut und habe es nicht mitbekommen. Und das hat gar nicht mal so, also es hat relativ lange gedauert, weil ich als Vorlage halt ein Ding, wo die Zahlen nicht direkt ausgeschnitten waren, sondern ich habe halt eine Animation verwendet, die man sich frei downloaden konnte, wo der Hintergrund noch da war und so weiter. Dann muss man den erst rausfiltern und dann muss man das auch noch einblenden und ausblenden. Und das war halt ein zusammenhängendes Video, weswegen ich dann die einzelnen Zahlen rausschneiden musste. Eigentlich war es nämlich ein Counter und 10987 bla. Und den musste ich halt umdrehen und so weiter, deswegen war das schon ein bisschen Arbeit, die im Endeffekt gar nicht so krass aussieht. Und für so einen Zuschauer wahrscheinlich so, ja, keine Ahnung, wer hat das halt durchnummeriert, ist jetzt nicht so toll. Das Ding ist halt, mit anderen Programmen, über denen ich nicht verfüge, ist so eine Zahl, die auf einem zufliegt oder so einzufügen, ziemlich leicht. Ich verfüge halt nur über Camtasia Studio 8, wo Beschriftungen vor allem extrem schlecht möglich sind. Ich muss nämlich immer mit einem anderen Bildbearbeitungsprogramm die Schriftzüge machen, die dann ausschneiden und aufs Video packen, weil die Beschriftungen einfach so grottig aussehen in dem Programm. Das ist echt ein großer Nachteil davon, aber naja, das sind wir auch so am Rande. Wir sind dann auch schon wieder am Ende vom Part. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss! Tschüss!